Herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr es im Titel vielleicht schon gelesen habt, geht es heute um das Thema Quarantäne in Saudi-Arabien, als wir zur Formel 1 geflogen sind. Ich möchte euch so ein bisschen von meiner Zeit dort erzählen. Wie ihr seht, sind wir jetzt wieder zurück im Büro. Ich möchte euch so einen kleinen Einblick geben, wie es so war. Ich fange direkt an. Als wir hier montags den Test gemacht haben, hatte ich ein negatives Testergebnis. Ich habe dann dienstags nochmal beim Eishockey einen Schnelltest gemacht, der war auch negativ. Wir sind dann über die Nacht nach Saudi-Arabien geflogen und mussten dort bei der Ankunft dann nochmal einen PCR-Test machen, der uns dann auch auf die Strecke gebracht hätte dort. Dann sind wir ins Hotel gefahren, haben abgewartet und wir durften dann in dem Sinne noch nicht aus dem Hotel raus, bis das Ergebnis da ist. Ich mache dann morgens meine App auf und sehe so einen roten QR-Code. Ich dachte mir schon so, okay, eigentlich sollte der grün sein. Check nochmal, mach die App nochmal zu, mach sie wieder auf. Immer noch rot und riesenfett positiv. Nicht so, fuck. Jonas war schon gar nicht mehr da und dann habe ich natürlich alle gleich benachrichtigt, habe die frohe Nachricht verkündet. Und ja, ich wollte dann unbedingt einen Test machen, das war aber warum auch immer nicht erlaubt. Also ich musste dann direkt in Quarantäne. Wir mussten dann auch noch warten, bis Jonas sein Testergebnis da war, weil der hatte mit mir in einem Zimmer geschlafen. Und ja, er war dann aber Gott sei Dank negativ, durfte dann auch gehen, beziehungsweise aus dem Hotel raus. Dann kam aber doch nachmittags die Nachricht, okay, wir müssen beide in ein Quarantäne-Hotel. Ich für zehn Tage, Jonas für fünf Tage, weil er eben eine Close-Contact-Person war. Und ja, das hieß erstmal Quarantäne. Und am Anfang war ich mega demotiviert und ja, auch ein bisschen verärgert, weil wenn man fit ist, keine Symptome hat, daheim einen negativen Test macht, beziehungsweise zwei negative Tests und dort dann ankommt. Und klar ist, okay, man muss jetzt in Quarantäne. Super ärgerlich. Aber ja, ich habe mich dann relativ schnell mit meiner Situation eigentlich angefreundet. Ich hatte ein relativ gutes Zimmer. Es war dann so, dass ich relativ lang geschlafen habe. Ich war dann meistens so bis um elf, zwölf oder so im Bett, weil ich in dem Rhythmus von Deutschland bleiben wollte. Ich dachte, ich passe mich dann gar nicht an. Es war ein zwei Stunden Zeitunterschied. Und dann habe ich eigentlich tagsüber gearbeitet. Also ich hatte ja mein Laptop, mein Handy und mein iPad. Das waren die einzigen Sachen, die ich dort hatte. Ich hatte kein Buch oder nichts irgendwie anderes, womit ich mich beschäftigen konnte. Und dann habe ich Fotos bearbeitet, die ich von den Leuten bekommen habe, die auf der Strecke waren. Und habe dann natürlich noch hier die ganzen Malik-Sachen, alles, was ich am PC machen konnte, so ein bisschen abgearbeitet. Und ja, ich habe erst nach dem fünften Tag Netflix geöffnet. Das fand ich eigentlich auch krass. Also ich hatte eigentlich so viel zu tun oder habe mit meinen Freunden oder Familie gefacetimed, dass ich jetzt gar nicht so viel Zeit hatte, irgendwie abends da Filme zu gucken. Ja, also das fand ich eigentlich ganz interessant. Und ich fand, die Zeit ging doch sehr, sehr schnell rum. Wie lief die Quarantäne, sage ich mal, ab? Also ich konnte nicht aus meinem Zimmer raus. Ich war in dem Sinne in meinem Zimmer gefangen. Das Hotel war auch unten mit einem Fahrradschloss abgeschlossen. Also man hätte jetzt auch nicht so einfach rausgehen können. In unserem Flur waren überall Leute, die, sage ich mal, einen positiven Test hatten, die in Quarantäne waren. Also wir hatten da, sage ich mal, einen kompletten Korridor in dem Hotel für uns. Und wenn ich irgendwie was gebraucht habe, sei es Wasser, Handtücher oder eben auch Essen, habe ich einfach beim Room Service angerufen und habe das bestellt. Es gab eine kleine Karte. Da habe ich mich dann eigentlich mal komplett durchprobiert. Habe so jedes Essen probiert. Habe mich dann eigentlich meistens vom Selben ernährt, weil das eigentlich immer ganz gut war. Und ja, also das Essen war eigentlich ganz okay. Und ja, habe ansonsten eigentlich nicht viel gemacht. Ich saß ab und zu auf meinem Balkon. Ich habe manchmal ein bisschen Sport gemacht. Das Essen war eigentlich immer so das Highlight am Tag. Und dann lag ich irgendwie auf dem Bett oder am Schreibtisch, am PC oder eben am Handy. Ja, das war es eigentlich so zur Quarantäne. Viel mehr konnte ich gar nicht sagen. Eine Sache gab es dann noch, die relativ interessant war. Und zwar wurde ich dann am letzten Abend angerufen. Und dann hieß es, hey, wir würden dich gerne verlegen. Wir würden dich gerne in ein anderes Hotel bringen. Und dann dachte ich mir schon so, okay, warum? Also letzte Nacht ist ja mega unnötig. Und dann fiel das Stichwort Pool und dass ich einen eigenen Garten habe. Und da dachte ich mir, oh shit, nice. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, kein Problem. Und dann wurde ich mit noch einer weiteren Person von Formel 1 dort in diese Villa, nenne ich es jetzt mal, gefahren. Und wir hatten dann für eine letzte Nacht, ja, hatten wir das für uns. Und hatten dann vier Schlafzimmer, einen Pool, ein großes Wohnzimmer. Das war eigentlich sehr, sehr cool. Morgens kamen dann die Ärzte. Die haben dann wieder den PCR-Test dort gemacht. In Saudi ist es aktuell so, dass du einen Abstrich im Hals bekommst und in der Nase. Also direkt ein doppelter Test in dem Sinne. Und zweieinhalb Stunden später war dann das Ergebnis da. Und wir durften dann raus in die Stadt. Wir sind dann nach Tscherda reingefahren. Wir waren in der Altstadt dort. Ich muss sagen, die Stadt hat mir leider gar nicht gefallen. Also der Bereich, wo die Strecke ist, das ist alles sehr modern. Aber der Rest ist, sage ich mal, schon heruntergekommen. Es wird super viel gebaut. Überall ist Baustelle. Ja, also das hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber ja, man kann nicht immer überall schöne Städte haben. Und ja, dann sind wir eigentlich direkt wieder in die Villa zurück und haben das Qualifying geschaut. Das war dann samstags. Und ich bin dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach Abu Dhabi geflogen. Ich durfte dann leider nicht in Abu Dhabi aufs Rennen, weil die Zeit zwischen Quarantäne und nächstem Rennen zu kurz war. Da hat die Formel 1 gesagt, aus Sicherheitsgründen darf ich da noch nicht kommen. Obwohl ich am Flughafen auch wieder in Abu Dhabi einen negativen PCR-Test hatte. Hatte dann in dem Sinne zwei PCR-Tests in 24 Stunden gemacht. Aber ja, dagegen kann man leider nichts machen. Was habe ich dann gemacht? Ich lag dann natürlich nochmal einen Tag eigentlich im Hotel rum, beziehungsweise auch ein bisschen auf der Liege. Habe dann das Rennen geguckt, was natürlich unglaublich war. Und ja, das war es eigentlich. Also viel mehr gab es alleine nicht zu sagen. Muss man natürlich mit leben. Aber ich kann jedem sagen, falls ihr jetzt mal irgendwie in Quarantäne seid oder falls ihr noch in Quarantäne kommt, macht euch keinen Kopf. Die Zeit geht deutlich schneller rum, als man denkt. Und falls ihr irgendwelche Fragen zur Quarantäne habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Und das nächste Video auf meinem Kanal wird so ein genereller Recap über unsere Formel 1 Saison sein. Also falls euch das interessiert und falls das schon online ist, checkt es gerne aus. Bis dann.